Hallo meine Leute, ich bin es mal wieder, der Cube und wir sind mit dabei bei einer weiteren Folge Hunger Games. Und mit mir, ich spiele nämlich heute nicht alleine, nee, heute ist nämlich der MC Expert mit dabei. Okay, neu. Also ja, damit herzlich willkommen auch von mir zu einer weiteren Runde Hardcore Games mit dem Cube. Moin. Wie ist das? So, erstmal, falls ihr euch wundert, warum ich so scheiße klinge, liegt am Mikro, weil ich gerade, ja, einen neuen PC habe, damit spiele ich auch gerade schon. Nur habe ich das Mikro halt noch nicht angeschlossen und so. Und deswegen rede ich gerade über das Headset-Mikro. Aha. Die Stars. So, und wir spielen die Launcher-Stomper-Kombi. Nee. Denke ich mal. Nee, Fisherman. Genau. So, man schaffe ich dann mit dem Kombi. Und was das kann, seht ihr gleich, vielleicht, wenn wir einen Tower entdecken. Genau. Würde ich auch so sagen. Zumindest was die Kombi kann. Was die Kit kennt, äh, über, 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 über. Was die Kit kennen, das schlisst ihr ja. Nee, müssen die nicht. Magst du das erklären? Doch. Also, keine Ahnung. Also, immer, wenn ich es nicht erkläre, dann sagen, also, bestimmte Leute, wahrscheinlich... Du sagst, Leute, erklärst doch mal dein Kit. Ja, hallo, es gibt halt... Aber du erklärst immer dein Kit. Es gibt halt in jedem Video neue Leute. Und deswegen, keine Ahnung, ist das klar. Also, mit meinem Kit kann ich, ähm, die Sponges, die ich da hab, die 20 Stück, auf dem Boden platzieren oder sonst irgendwo. Und wenn ich mich draufstelle, werde ich hochgeboostet. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und mit meinem Kit habe ich eine Angel und kann, äh, erst mal auf meinem zweiten Bildschirm das wegschieben, was grad gekommen ist. Und, äh, nee, ich hab eine Angel und mit der Angel kann ich halt, ähm, Leute an mich ranziehen und, ja, kann dann so... Mit ihm kuscheln. Genau. Oder mir einen taktischen Vorteil verschaffen, wie auch immer. Oder ein Nachteil. Oder ein Nachteil, wenn er mich dann hittet, instant. So, ich campfe jetzt direkt. Ich hab dir ein Steinschwert gemacht. Ja, wo bist du? Oh, hier ist noch ein Launcher. Echt jetzt? Ja. Kill ihn, dann kriegst du es. Nein, er will mich hochdingsen. Äh. Äh, wo bist du? Ähm. Bei 160 und minus 17. 160, minus 17. Jo, ich bin voll weit weg. Ähm. Ja, wo wollen wir uns treffen? Sag an. Ähm. Ja, komm. Warte, das ist voll schwierig gerade. Plus 170 und minus so, ja, oder 0 ungefähr. Oder so, wo wollen wir uns treffen? Äh. Komm mal in Richtung, äh, 1 und 0. Und sag immer, wo du bist. Okay, gut. Ähm. Richtung 1 und 0. Ich bin gerade bei 120 und minus 20. Egal, bleib mal verstehn. Okay. Doch, komm in Richtung 0. 0, okay. Hier sind 2er Team. Ne, hier sind mehr Team. Nein. Oh, so ein Assi. Tod? Ja. Und jetzt werde ich sogar noch mal sterben. Ja, ich war gerade bei dir, genau. Cool sind die. Toll, nur wegen dir. Nö, ist so. Ah, jetzt ist einer hinter mir und den kill ich eben. Ah, jetzt ist der Schwert gedroppt. Ich habe so ein Schwert jetzt. Ja, er ist tot. Ich bin wieder im Sumpf gespahnt. Oh Gott. Oh, tot. Nein. Wo bist du wieder gespahnt? Auf dem Sumpf. Nein. Läuft. Ja. Keine Kids, aber egal. Ja. Also, meine Kids-Fähigkeit bringt mir jetzt auf jeden Fall viel. Ne, eigentlich geht es, wenn ich... Also, ich kann meins ja wieder craften. Meine Angel. Ja, ich meine Sponies auch. Ja. Dachte ich mir schon. Ja, aber vielleicht Mini-Feast, ne? Ja, ja. Finde da mal was für dein Kid. Ich glaube, das ist so fast selten. Das stimmt. Hast du... Ich glaube, ich habe noch niemals, wo ich mein Kid verloren habe und dann sogar beim Mini-Feast noch war, dadurch mein Kid wiederbekommen. Okay, das war selten. Also, Mini-Feast finde ich mir eigentlich selten. Außer, wenn ich hier auch suche. Ne, das finde ich voll oft. Ja, herr, wenn ich in dem Bereich bin, gucke ich dann nach und dann habe ich es ja schnell gefunden. Muss ja nur systematisch durchgehen. Ja, also ich gucke halt nie dann nach. Und, keine Ahnung, meistens merke ich auch nicht, dass es wirklich leistlich ist. Ich kriege es immer gesagt. Ey, yo, wir sind bei Mini-Feast. Wollen wir da hingehen? Dann wäre ja... Ja, du teamst auch mal mit 50 Leuten. 500.000. So, gut, ich bin ausgerüstet. Ja, ich auch. Wo bist du? 303 und 14. 14! Dann kommen wir zu mir. Ja, wo? 200, äh, 270 und plus 100. Hier ist ein Gegner. 270, 20. Ja, ich lege den aber, glaube ich. Das ist gut. Oh Gott, jetzt ist es gerade knapp. Hast du ihn? Noch nicht. Ja, jetzt ist er tot, okay. Nein, wo? Nochmal? Äh, 280, 20. Warte. Hast du noch Bowls für mich? Oder Holz oder so? Ja, ja. Ich komm. Ich bin jetzt bei 290 und 55. Ah, da bist du. Hinter die, hinter die, hinter die, hinter die. Ja, Jolo, ne? Oh, tot. Hier, bitteschön. Ne, ich hab genug, ich hab genug. Loll, was der alles dabei hatte. Hast du schon Steinschwert? Steinschwert, ne. Hier. Dankeschön. Äh, ja, hier hier und dann. Machen wir das so, das so. Hier hast du auch ein paar Kompasse. Halt's noch. Dankeschön. Ne, ich hab's schon. Naja, immer die Lüge. So. Auf geht's. Ja. In die Richtung. Zum DJ Warrior. Ja, guck mal hier. Super Anfang. Ja, läuft. Super gefailed, aber jetzt läuft's. Und jetzt auf zum Mini-Fiest. Neun. Oh, guck mal, die Farm für uns. Wo? Warte unten. Ach, das ist wohl nett. Go, Cube. Okay. Ne, ich geh. Eissenschwert. Oh Gott. Ich, ich muss weg. Geh weg, geh, geh, geh. Nice. Tot. Ich grüße Skelett. Hast du wenig Leben? Nö. Du? Okay. Ja, schon, ne. Aber ich hab auch nicht geklickt, äh, quickdroppt, weil ich mir dachte. Ja, auch nicht. Keine Ahnung, wenn, wenn ich, wenn ich denke, das schaffen wir eh, dann krieg ich glaube ich nicht. So, 14 Eisen. Ja, okay, dann lass, mach hier grad oben. Hier ist Kohle. Jo, warte. Kannst du noch, ah, perfekt. Du hast mir zwei, zwei Steine grad gegeben. Ich baue extra so ab, dass du die bekommst. Läuft. Alter, mach ich eben. Ups. So. Ähm, hier. Aber nur das, was wir sehen, Tim. Nicht viel. Ne, Pickaxe. Achso, ja, ich hab schon eine. Also von ihm. Okay, achso, sorry. Wusste ich nicht. Hier. Der eine Mann. Ja, das ist, also, reichte. Ja, guck mal, ja, aber guck mal, hier sind noch fünf, also. Ja, nimm. Hier sind noch. Ich weiß ja, ich fahm eh nicht gern, aber wenn es da jetzt grad echt so ist, dann. Nein. Machen wir noch. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Hast du schon was rausgenommen? Nein. Acht. Ich lasse dir alles drin, du nimmst draus, okay? Ja, okay. Oh, da hab ich gerade schon ein Level. Nein. Ach ja, ich baue Kohle ab für ein Level. Hast du so ein Eisenschwert von ihm? Ja. Okay. Hey, das heißt, er hat ja schon einen Ofen, oder? Ich guck mal. Müsste er eigentlich. Wo oben oder so. Oder hier vielleicht eine Schlucht. Also eine andere. Da ist ein Ei. Oh, hier ist auch nochmal Eisen direkt. Hab ich gerade mitgenommen. Ja, da ist ein Ofen. Mal gucken, wie viel da drin ist. Oh, nix. Egal. Ich hab hier nochmal was reingemacht. Ja, gut, ich komm wieder. Oben ist jemand. Wo genau ist oben? Ganz oben. Komplett über uns. So. Da ist endlich Kohle. Dann mach ich dir jetzt noch einen Brustpanzer. So. Und dann. Nee, ich warte erst mal. Dann mach ich mir zwei Eimer, ja? Ja. So. Und dann haben wir jetzt noch. Hast du noch Eisen? Warte. Äh, zwei im Info. Da haben wir jetzt noch sieben Eisen. Dann mach noch eine Hose gleich. Okay. Oder war hier vier da noch. Warte, 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 warte. Noch drei Eisen. Ja, egal. Ich brauch noch eine Hose und dann vielleicht noch. Äh, Feuerzeuge. Ich hol schon mal Gravel. Mach das, ich komm zurück. Jo. Sollte jetzt wieder ewig gehalten. Werkzeuge, Zeit, Zeit. Ich wette, gleich stomp mich einer und ich fliege in die Lava. Ach, Quatsch. So, eins hab ich. Und zwei hab ich. Gut. Äh, ich hab hier noch, äh, was rein gemacht in die Öfen. Mhm. So, hier, Feuerzeug. Dankeschön. So, eins, zwei, drei, sieben, vier, okay, da haben wir vierzehn. Draußen noch Pilze. Ich hab Stack, Stack. Ne, ne, ich hab auch genug. Auf Stack, Stack. Also, von mir ist kommen wir echt an Mini Feast. Okay, wenn's bei uns ist. Ist schon eins gespawnt? Ja. Keine Ahnung. Ja. Minus 100 und plus 100. Ja, ist schon relativ nah, aber egal. Nah, aber egal. Brauchen wir eigentlich nicht, ganz ehrlich. So trinkt haben wir's nun auch, ja nicht. Ne, ich mach einfach zwei Schuhe. Ne, zwei Helme. Dann haben wir das einen weg. Ne, okay, gut. Läuft. Läuft bei dir. Ja, guck, ich sag dir doch nö. Ich will nicht. Ja, gut. Also, dir mach ich keine Sachen mehr. Danke. Kein Ding. So. Dann geht's ab. Oh, ich wollt grad sagen, dann launchen wir uns jetzt hoch. Aber nee, wegen dir haben wir keine Dinge mehr. So, dann guck du mal, ob du Spinnen kämpfen kannst. Für Strings. Ich kann hier ausheben. Ne, ist. Ja, ist jetzt hier zu Ende. So, ich werf mir eben was weg. Ja. Ähm. Äh, was mach ich? Nix. Okay, gut. Worum ist es da? Okay, äh, nächstes in diese Richtung. Und der Tower da oben. Komm mal. Tower? Oh, das wär so... ...schön, wenn wir jetzt noch die Kids hätten. Eigentlich, ja. Guck mal, die denken, die sind schlau. Aber die holen keinen. Ah, hier, Wasser. Mach noch schnell Wasser in deinem Heimer. Hab ich. Hey, yo, ihr da oben. So, mage me up. Lol, der hat auch schon ein bisschen Eisen. Ja. Oh, ah, ich hab doppel F5, also F5, oder noch F5. Und dann wusste ich nicht, wo ich bin. Das ist so krass. Leute, ich hab kein Wasser mehr im Heimer. Ja doch, lass uns mal zu Mini-Fees gehen. Okay. Einfach, weil wir es können. Oh, den wollte ich haben. Ne, du hast einen anderen gekriegt. Äh, wo war das nochmal? Ich lauf einfach wohin. Ähm. Minus 100, plus 100. Also, nach hier und nach da. Obwohl, wir eh schon den nächsten tracken. Der hat sich da irgendwie grad so... Also, bist du hinter mir? Der farbt da oben in der... Äh, Ding. Ja. Da oben in der Schlucht. Oh, hier ist Feast, glaub ich. Ja, hier ist Feast. Ja, läuft bei uns. Ja, lass uns weitergehen trotzdem. Okay. Fängt ja später erst an. Ich hab das gar nicht gesehen, wann das Feast gespawnt. Ah, noch drei Minuten. Müssen wir jetzt aber schnell Mini-Fees finden. Oh, hier ist eine Schlucht. Wir müssen außen rum. Oh. So, hier ist jetzt Minus 100. Dann in diese Richtung. Noch eine Schlucht. Das ist ein Dorf. Oh. Oh, das sieht doch ziemlich voll aus sogar. Ja. Leil. Vielleicht ein Schmied? Ein Schmied! Nice. Das sieht echt krass voll aus. Das ist gut auch noch nicht. Oh, hier sind die Karotten noch. Nichts drin. Jo. Krass. Nur so richtig Crap oder was? Oder gar nichts? Gar nichts, gar nichts. Ja, okay. Dann wurde die Kiste doch geradet. Aber halt, die ist weg für die. Ja, die haben nicht gedacht. Dann farben wir alles ab und pflanzen es wieder. Damit alle denken. Die wären noch was. Ja, das ist zum Fies. Hier willst du Karotten? Ja. Ich habe die Hälfte liegen gelassen. Danke. So, äh. Warte, Mini-Feast. Nein. Doch. Ja, okay, gut. Ja, zwei Minuten. Passt schon. Vielleicht. Hoffentlich. Hier irgendwo muss es sein. Das ist halt ziemlich bergisch. Oh, jetzt sind die Kürbisse. Ah, da oben kann das auch sein. Das kann überall sein. Das wäre nicht so gut. In Schluchten sogar? Ja. Okay. Keine Spinnen gesehen, ne? Ne, besser nicht. Lass zum Fiest eine Minute noch. Besser nicht. Okay. Ich bin schon da. Alter, hier ist krasse Tower-Action, ne? Ja. Ja. Ja, zwei Tower. Verfeind. Okay. Mhm. Oh Gott. Oh, das war knapp. Drei Sekunden. Oh, ich treffe. Oh, die klatschen den runter. Die Schneebellen. Ey, ich muss doch aufs Klo, ne? Nein. Musst du immer irgendwie. Stimmt ja gar nicht. Hier ist ein Madman. Ein Mader Man. Nein, fuck. Ja, ich bin bei Madman. Na, ich fühl mich immer... Ja, jetzt fühl ich mich clear. Scheiße. Okay, gut. Was machen wir? Wie machen wir es? Er anspringt. Er wird gestorben. Nein, er ist tot. Lord, be nice. Ja, ich hab den anderen. Oben dürfte nur noch... Ich hole mir eben Wasser. Ich hatte nämlich Labe im Eimer. Ja. Ich hab mich selber gebrannt. Dark? Ja, das... Was? Dark von dir. Ja, ich weiß. Also ich meine... Oder, keine Ahnung. Ob du jetzt... Äh, noch ein Stomper ist, weiß ich nicht. Hast du Eisensachen geholt? Ne, hier ist noch welche. Springt, 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 springt! Boah! Stärke, stärke. War er Stomper? Der hat krass gefressen von mir. Der holt hoch jetzt. Habt ihr noch Stärke gegeben? Sauber. Nice. Ja, nice. Pass doch auf. Da ist jemand gefallen. Der war Turtle, glaube ich. Über uns sind immer krass viele. Hier, warte. Hier, Diahose. Okay. Boah, ich hab dir noch so schnell Stärke gegeben. Ich hab nur gedacht so, boah, bitte, hoffentlich one-hitted er oder so. Okay. Ich hab auch schon 24. Lass mir direkt hoch. Dings mit TNT. Achtung, springt! Ja. Achtung, noch einer, noch einer, noch einer. Der ist gefallen. Oh, der hat ein Buch, guck mal. Ja. Springt, 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 springt! Ne, doch nicht. Fällt, einer fällt. Ja, ich sneak schon. Äh, lass uns hoch. Ne, Achtung. Leil, was machen die alle? Leil! Wir sind alle tot, oder? Ne, einer ist nur da. Dropping Party and Peace, will ich sagen. Noch einer. Hallo. Ja, komm, auf ihn. Auf ihn. Ich hab noch kleine Schuhe, glaub ich. Ne, er will sich wieder hochholen lassen, glaub ich. Also pass auf, dass du nicht mitgezogen wirst. Ja, YOLO, ne? Ich bin oben. Äh, ich... Ich setz hier unten Wasser. Ich setz hier unten Wasser. Ja, passt, ich kämpfe aber erstmal. Okay, gut. Ja, der ohne Rüstung ist tot. Hier unten ist ganz viel Wasser, du kannst runter. Ja, passt schon, passt schon. Ich kill ihn erstmal. Er ist fast tot. Er ist runtergejumpt. Ja, ich weiß. Nein, 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 nein. Haben wir irgendwas? Schneebelder lang hier eben, oder? Scheiße. Bogen. Gibt's hier einen Bogen? Hier. Hier ist ein Bogen. Pfeile! Nein, nein! Hier, hier in der Kiste, wo ich draufstehe. Ich hab, ich hab... Feld. Kannst du mich boosten? Äh, nee. Oh, ganz dumm. Du hast nicht abfallen, dann booste ich dich. Jetzt... Ah, nein, ich lecke was bald runter. Bäh, 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 bäh. Hässling 2er-Teams, ey. Gigi. Man konnte da nix machen. Okay, läuft. So, ich sortier mal kurz, ein bisschen. Ich weiß nicht, was hast du noch Schuhe, oder? Hatte der Schuhe? Hm. Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so. Naja, ich geh mal... Also, soll man zurückgehen, oder? Ne, es wird nur einer. Mehr DAS. Aber der ist auch irgendwo in dieser Richtung. Mal gucken, mal gucken. Mh, 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 mh. Schöne Runde, aber. Ja. Dropping Party, ey. Wie krass das war. Alle fallen über mich. Hä? Also, hier? Ah, ich track dich. Klar, ey. Ja, ich track auch dich. Jetzt. Ja, da oben. Boah, lass uns hochporten. Okay, hast du eine Enderpelle? Ne, aber mit TNT. Okay. Was rätst du? Ne, ne, wir machen das ja anders. Oh, ach so. Nur weiß ich nicht, ob man das überlebt. Äh, kannst du mir deine Schuhe geben? Dann mach ich das. Ja. Donk. Ein Ding. Ich nehm mir hier einfach die Eisenschuhe, die hier liegen. Ich weiß nicht, ob's funktioniert. So hat das der B-Boy gemacht. Mit zwei, glaub ich. Aber ich weiß auch nicht, ob man da vielleicht krass mehr Schaden bekommt oder so. Also, ich würd mal einfach sagen, YOLO. Ja. Ich film's jetzt so ganz elegant in F1. Äh. Ist nicht geschafft. Oh, tot. Mist. Aber ich, ich guck zu. Okay, gut. Nein. Das liegt jetzt alles an mir? Ja. Okay. Ich bau mich fuh- Ich bau mich fuh- Ich bau mich fuh- Nee, hallo, mach das gleich jetzt auch. Ja, okay, gut. Okay. Was geht denn bei dir? Er muss, er muss sich auch dann freuen können, wenn er dann auf einmal alleine umsteht. Ich mach's schlauer. Wie? Nein, scheiße. Er ist schlauer. Okay. Das muss ich schon sehen. Ein Block da drunter, hä? Oder mehr TNT? Ein bisschen anders. Hä? Jo, das mo- Achso, ja, stimmt. Dann ist das halt flacher, ne? Oh, was da? Da ist das. Weil, ich glaub, mein Problem... Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab, glaub ich, auf den Block hier da unten gezielt, aber dann hier drauf gemacht und deswegen war's zu spät oder so. So, nee. Ich mach erst mal... Ja, ich geb dem Typ da so lang, äh, Full Diamond und so. Jo, mach das. Kein Ding. Ich guck mal, was er so hat. Hups. Ja, er hat gar nichts. Hä? So, so? Warte, ich muss da stellen. Achso. Hä? Nee, du brauchst schon vier Seiten. Hm? Hm? Er ist einfach dumm. Das ist gar nicht, ey. Er ist einfach dumm. Nein. Der denkt sich jetzt, was macht der da? Ist ja richtig cool, wenn er jetzt einfach gewinnt. Hä? Jetzt wird zu Eis. Aber warum? Sind wir hier schon im Schneegebiet? Ja. Krass. Ja, ich kann Regen anmachen und schneiden. Was machst du da? Du musst ja nicht übertreiben. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht unbedingt hochgekommen, ne? Also, schon relativ hoch, aber niemals so hoch wie er war. Nee? Nee, nee, bis... Also, 10 und 15 Blöcke runter, glaub ich. Dann mach ich das einfach so schnell. Da ist er ungefähr. Also... Ja, aber du kannst auch versuchen, ihn abzuschießen in der Luft dann. Nein, nein. Nein, nein. Hä? Jetzt willst du... Ja, egal. Okay, aber wenn du es dann so machst... ...müsste das ja auch klappen. Aber schon dann... Ja, genau. Wollte ich schon sagen. Ich hoffe mal, du hast dein Wasser dabei. Nein. Nicht. Aber du darfst nicht da reinspringen, ich mach's jetzt zu. Ja, mach das. So, warte mal. Ja, wie war denn das? Von da kommt... Ach ja, so war das, glaub ich. So. So, dann kommt da ein Block hin. Eigentlich darf ich das gar nicht zumachen. Nee, darfst du eigentlich nicht. Was machst du da? Wenn ich das verliere, beschwere ich mich einfach bei Vicky Kiki und sag, ja, äh, Abuse, Alter. Rechte Abuse. Was machst du? Alter, ich hab doch selber keine Ahnung. Ich tu gerade, dass ich mich Ahnung habe. Okay, aber das sieht auf jeden Fall... Ja, wie viele Eimer hast du dabei? Zwei. Damit ich mir unendliche machen kann. Achso, okay. Wie viele hast du dabei? Gar keinen. Gut. Mach jetzt schneller. Ja, chill, 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 chill. Okay, gut, dann brauche ich die hier. Stomp. Nicht pass. Paffe, Alter. Ich hab mir hier voll spielregiert. Ich hab mir schon so, okay, ich bin tot. Ja, ich glaube, du hast sogar genug Rüstung, um da nicht zu sterben. Also nicht ins hin. Von der Höhe, glaube ich auch. Doch, lieber so. Ach, ich weiß nicht. Hauptsache, du machst jetzt was. Ja, halt, Wasser in die Ecken und TNT um dich rum. Laute. So und so. Dann mach ich da. Ja, die unendliche Quelle kannst du jetzt vergessen. Dann musst du das TNT wieder wegmachen. Ja, brauch ich aber nicht. Weil, wenn ich das so mach, müsste das ja eigentlich gehen. Ja, hast du Wasser jetzt noch dabei? Nee, brauch ich doch nicht. Hä? Willst du hier wieder reinfallen? Ah, Dicker. Du darfst da nicht wieder reinfallen. Will ich gar nicht. Mach ich nicht. Hab ich alles dabei? Ja, Yodo, wenn ich jetzt was vergessen hab, dann halt Pech oder so. Okay, mach. Lass mich noch kurz was essen. Ich bin grad voll verwirrt. Mach jetzt. So, 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 so. Ja, keine Ahnung, sollte passen. Hinter dir ist der, ne? Andere Richtung. Da. Äh, egal. Das war so dumm. Gefallen. GG. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Läuft bei ihm. Über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.